So, jetzt kommt mein Fazit. Es ist ein Punkt dazu gekommen, was ich persönlich als ein absoluter G-Klassen-Liebhaber nicht so feiere. Hm, naja, das hören die Mercedes-Jungs nicht so gerne. Herzlich willkommen, es ist Dienstag, nicht Sonntag, weil ich was ganz Spezielles für euch habe. Viele von euch hatten ja Angst, ich hatte auch Angst, wird es ein V8, wird es kein V8? Was passiert überhaupt damit? Geht es überhaupt weiter mit dem G63 AMG und hier steht er. Also, was fällt uns sofort auf die Frontschürze? Für mich selber sofort natürlich die Lufteinlässe, das Ganze wirkt für mich sportlicher. Dann habe ich hier Carbon verarbeitet für eine G-Klasse, Carbon. Und was mir sofort auffällt, meine Kamera, was immer hier oben war, über meinen Mercedes-Stern war, wurde jetzt nach unten verlagert. Das sind erstmal die zwei markanten Punkte, die mir auffallen. Dann natürlich die Farbe. Die Farbe nennt sich Hyper Blue Magnum und diese Farbe gab es bisher nur bei den AMG GT oder bei den SL. Jetzt nur, wenn du ein High-Performance-Paket buchst bei den G63, kannst du die Farbe dazu buchen. Und da würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, wie findet ihr die Farbe? Würdet ihr die neue G-Klasse, den neuen G63 in der Farbe bestellen? Ja oder nein? Hier auch sofort wieder zu sehen, Affalterbach, AMG. Ich sehe sofort, okay, alles klar, hier ist kein Spaß. Ich fahre die stärkste G-Klasse, was man jetzt zurzeit bestellen kann. Mit einem High-Performance-Paket auf Maximalgeschwindigkeit von 240 Stundenkilometer. Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist ein Punkt dazu gekommen, was ich persönlich als ein absoluter G-Klassenliebhaber nicht so feiere. Aber es ist ein Punkt dazu gekommen, was längst überfällig war. Und zwar kann ich meine Trittbretter endlich vom Werk aus in schwarz bestellen. Das haben sie ja jahrelang nicht gemacht, weil Mercedes immer gesagt hat, wir sind noch nicht so weit. Wir können noch nicht die Qualität garantieren beim Ein- und Aussteigen, weil hier passiert natürlich extremst viel. Wenn du Kinder hast, gehen die Kinder immer da rüber. Selber gehst du hier auch immer rüber, dann kannst du wie hier, hast du Steine, du hast Sand, du hast so viel. Das heißt, meine Trittbretter müssen alles abkönnen und da darf kein bisschen Farbe abplatzen oder Sonstiges. Jetzt ist Mercedes endlich soweit. Die Carbon-Linie, also hier haben wir ein Auto mit einem Außen-Carbon-Paket, zieht sich dann hier durch. Auch mein Spiegel oberhalb zieht sich dann hier durch. Nach hinten kommen wir gleich. Selbst meine Auspuffblenden sind jetzt auch in Dunkel. Also das finde ich mega, weil das war immer das Erste, was ich bei meinen G-Klassen gemacht habe. Ich habe immer meine Trittbretter folieren lassen in schwarz. Und da habe ich Mercedes natürlich sofort verstanden, weil ich alle sechs Monate neu folieren musste. Und ich habe meine Auspuffanlage immer in schwarz Pulver beschichten lassen. Das Auto hat auch noch, ich weiß, dass das komisch ist, bei der G-Klasse über Aerodynamik zu sprechen. Es ist ja gefühlt ein Kühlschrank. Das hören die Mercedes-Jungs nicht so gerne. Aber Aerodynamik ist seit 1979, naja. Aber jetzt haben sie was dran gemacht. Und zwar habe ich hier vorne so eine ganz kleine Lippe, immer in Wagenfarbe. Und die A-Säule wurde nochmal sozusagen runder da, damit hier die Aerodynamik besser wegkommt. Ich finde, es ist natürlich ein bisschen Plastik. Aber wenn es aerodynamisch weiterhilft, bin ich immer der Fan davon. Und hier ist nochmal eine Lippe raufgekommen am Außenspiegel. Und jeder G-Klassenfahrer weiß, sobald es angefangen hat zu regnen oder wenn du Eisregen hattest oder Schnee, dann hat es hier solche Verwirbelungen gegeben. Und das war genau in deinem Sichtfeld von deinem Spiegel. Diese Lippe soll das Ganze jetzt vermeiden. Was hat sich hinten geändert? Mein Carbon-Paket zieht sich weiter und jetzt habe ich meine Reserveradmulde natürlich und hier schön in Carbon. Ich bin ja mehr der Carbon-Matt-Fan, das wisst ihr. Aber verzeiht dir natürlich keine Fehler. Wenn du beim Einparken dich ein bisschen verschätzt und hier eine Delle reinkommst, heißt es neu bestellen. Hier geht es nicht mit Beule raus oder sonstiges, das heißt, wenn Carbon kaputt ist, ist es kaputt. Hier meine beiden Applikationen hier in meine Heckschürze auch und natürlich hier mein Heckdiffusor geht auch weiterhin mit Carbon. Meine Kamera hat sich auch geändert. Früher bei dem Vorgängermodell war es ja hier hinter. Was das Coole war bei dem Vorgänger, es war sozusagen ein Deckel, was immer aufgegangen ist. Das heißt, deine Kamera war immer sauber, deine Rückfahrkamera war immer gut zu sehen. Jetzt haben sie es natürlich offen, aber da hat Mercedes mitgedacht und hat hier eine Waschdüse, dass deine Kamera dann auch immer schön gereinigt wird. So, der Motor ist identisch geblieben mit 585 PS, genauso wie der Vorgänger. Nur hier haben wir ein 48 Volt ISG noch zwischen Motor und Getriebe reinbekommen, was für ein Mega-Boost sorgt und noch Effizienz ist, wenn man darüber bei der G-Klasse reden kann. Aber wenn ich jetzt vergleiche, ab 2018, das heißt vor circa sechs Jahren, kam ja sozusagen die neue G-Klasse raus. Da war schon ein Riesensprung, was meinen Verbrauch betraf, als der normale 4,63 und jetzt soll es noch besser sein. Und da bin ich echt gespannt. Und ansonsten ist alles so, wie wir es hier kennen. Schön auch mit meiner Plakette hier, wer meinen Motor zusammengebaut hat, immer noch One Man, One Engine. Ein paar Folgen zurück könnt ihr ja sehen, da war ich ja dabei. Da habe ich auch einen G-63 Motor gebaut. Ich weiß nicht, wo es verbaut wurde. Nee, ich war nur dabei. Ich durfte ihn gar nicht mitbauen. Chris war auch dabei, oder? Genau, ansonsten, aber so, wenn ich jetzt hier vorstehe, habe ich, ich weiß nicht, was sagst du zu der Farbe, Chris? Haben wir ja vorhin schon gesagt, ich finde, im Auto steht jede Farbe. Sagst du, findest du? Geht mit jeder Farbe. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch cool und vor allem, was jetzt dazu gekommen ist, so wie bei anderen Marken, der italienische Hersteller nennt das Tailor-Made, der andere nennt das Individual. Hier kannst du dir jetzt jede Farbe aussuchen, egal von welchem Hersteller, einfach deine Lieblingsfarbe nennen und Mercedes setzt das für dich um, kostet um die 18.000 Euro extra, aber dann kannst du deine Wunschfarbe fahren. Und jetzt kann man auch sagen, eigentlich, wenn du richtig detailliert reingehst, kannst du ein One-of-One-G-Klasse dir selber zusammenstellen. Kostet zwar ein bisschen, aber es geht, oder? Ja. Ich finde es cool. Man kann sich ja streiten. Man kann sich ja immer streiten, wenn man das Lenkrad findet. Davor war es natürlich so richtig G-Klasse, maskulin. Jetzt ist es natürlich angepasst. Ich habe hier schön meine Dynamiker-Griffe, was ich mega cool finde, wenn du schwitzt, aber du musst sie auch immer wieder reinigen, weil die werden sehr, sehr schnell sehr spackig. Dann natürlich mein Carbon, auch mega schön. Wir dürfen leider das Auto noch nicht starten. Das dürfen wir noch nicht, aber lasst euch überraschen. Demnächst ist die Fahrveranstaltung, dann dürfen wir es endlich starten. Was mir jetzt sofort im Innenbereich auffällt, ist, meine Uhr ist nicht mehr da. Meine analoge Uhr. Aber wenn ich jetzt die Zündung anmache, dann habe ich sofort mein Infotainment, was identisch ist, was genauso aussieht wie beim Vorgänger. Aber schaut her, ich habe jetzt hier Touchscreen. Und das ist natürlich mega cool gemacht. Und dann kann ich hier auf meine Uhr gehen. Die ist jetzt digital, auch von IWC. Und so sieht das dann aus. Der eine mag es, der eine mag es nicht. Ich war mehr der Fan davon, dass es analog hier in der Mitte ist. Und es ist jetzt bei dem AMG Performance Paket jetzt auch möglich, den Track Pace, das heißt, diesen AMG Race Modus zu starten. Das ist natürlich mega geil. Das heißt, du kannst mit dem G63 jetzt den Launch Control hinlegen. Das ist natürlich mega cool. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann haben wir hier in der Mitte, haben wir natürlich jetzt auch schön alles aus Carbon. Und mein Getränkehalter, die Ablagefläche, zwei Stück, kann ich heizen oder kühlen. Das gab es bei dem Vorgänger auch nicht. Dann habe ich hier schräg eine Induktionsladefläche und zusätzlich nochmal zwei USB-Anschlüsse. Das finde ich mega cool. Und jetzt auch sogar meine Lamellen, womit ich meine Getränkehalterfläche auf- und zumachen kann, ist auch aus Carbon. Und zwar spitzenmäßig verarbeitet. Ich bin immer ein Fan davon von Schnelltasten, weil ich immer finde, wenn du lange Auto fährst, musst du schnell auf alle Tasten kommen. Und das finde ich hier mega cool gemacht, dass deine Hauptmerkmale wie Navigation, Radio oder Media, Telefon, auf Auto, auf die Einstellung gehst. Das ist alles hier nochmal per Schnelltaste oder halt auch als Touchscreen jetzt hier drin. Und meine komplette Klimatisierung kann ich auch hier manuell so einstellen, wie ich möchte. Es ist nicht alles digital. Ich finde immer einen Mix. Ich weiß, dass wir nicht mehr drum herum kommen, dass alles digital wird heutzutage. Aber es gibt gewisse Schnelltasten, die müssen immer sein. Da bin ich mehr der Fan von. Was auch ganz neu ist bei der neuen G-Klasse, ist mein, also mein Griff kennen wir ja schon von dem vorherigen, aber die Manufaktureinlassung war ja früher immer auf einer Aluplatte und dann stand Manufaktur drauf. Jetzt ist es immer auf die Applikation, die du bestellst, in dem Falle Carbon-Paket innen. Das ist mega hochwertig, finde ich. Es bleibt immer noch ein Geländewagen. Das dürfen wir nicht vergessen. G steht für Geländewagen. 1979 hat hier die Produktion angefangen und genau 20 Jahre später, 1999, hat sozusagen, gibt es ja ein Sprichwort, AMG meets G-Klass. Da haben sie sich getroffen und dann gab es die ersten AMG-Modelle. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier meine drei magischen Knöpfe, wo ich gar keine Grenzen mehr habe. Und hier haben wir nochmal das normale Offroad-Paket, das heißt drei Modus, Rock, Train und Sand. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann kann er hier weg. Da kann er nämlich da oben schauen. Da steht nämlich nochmal das Offroad-Paket mit Dachgepäckträger oben drauf. Dann nur die 20 Zoll Felgen mit den All-Train-Rädern. Und dann habe ich nochmal zwei Individualisierungspunkte, die ich dazu wählen kann. Dann sprechen wir über die echte G-Klasse Geländewagen ohne Ende. Aber selbst hier, wir können überall hinfahren. Es gibt einfach keine Grenzen. Die Sitze sind genauso geblieben wie bei den Vorgängern auch. Was noch dazu gekommen ist, ist meine Burmester Soundanlage. Da ist jetzt so eine Art 3D-Surround-System dazugekommen. Es soll sich viel, viel schöner anhören. Es soll sich viel, viel besser anhören. Und ich kann es euch sagen, ich kann es kaum abwarten, dass ich dieses Auto endlich mal fahren darf. Weil 240 Stundenkilometer, wenn du den AMG Performance-Paket dazu buchst, 240 Stundenkilometer Spitze, jetzt ein Race-Modus, dass du auch sogar Launch-Control fahren kannst, das ist schon gigantisch. Und mein Tachosystem hat sich natürlich auch geändert. Das kennen wir auch von den anderen Modellen, wie einem GGT, wie der SL, wie die S-Klasse. Ich kann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Einstellungen einstellen. Je nachdem, wie ich fahren möchte. Von Offroad bis Assistance. Oder hier, ich kann komplett meine Navigation hier auf mein Hauptdisplay spielen lassen. Das ist überhaupt kein Thema. Also man kann hier genug spielen, aber es bleibt immer noch ein Touch G. Und das, was geändert worden ist, hat Sinn und Zweck. So, Fazit. Es ist natürlich schwer, ein Fazit zu treffen, wenn du das Auto noch nicht fahren darfst. Ich bin echt gespannt, wie sich das Auto fahren lässt. Vor allem mit den 200 Newtonmeter mehr und ca. 20 PS Unterstützung durch ein 48 Volt ISG. Da bin ich echt, echt gespannt. Aber die Änderungen, die ich bisher gesehen habe, kann ich nur sagen, die sprechen für das Auto. Und ich habe jetzt nicht die rosa-rote Brille bei der G-Klasse auf. Es ist tatsächlich so. Die Änderungen, die drin getroffen sind, passen zu 100%. Das ist einfach genial. Von außen, okay, ich finde, du musst schon zweimal hingucken, dass du siehst, ist das der Neue oder es ist nicht der Neue. Das ist aber okay so. Wir kennen das Auto seit 1979. Und es ist ein bisschen so wie der Porsche 911er. Du siehst immer, dass das ein Porsche 911er ist. Und das macht dieses Auto so stark. Die Karosserie, die Silhouette, die ist immer gleich geblieben. Und ich hoffe, dass das noch lange, lange, lange so weitergeht. 1979 ist Mercedes mit der G-Klasse auf den Markt gekommen. 20 Jahre später hat AMG angefangen, die Autos zu optimieren oder zu veredeln und bessere Performance darzustellen. Und jetzt, 2018, kam der 463A. Sechs Jahre später kommt jetzt die aktuellste Version. Ich bin gespannt, wie sich das Auto fahren lässt. So vom Optischen her, von den Änderungen her, kann ich sagen, bisher, ohne das Auto gefahren zu haben, ich glaube, ich würde mir den Neuen holen. Ciao! Ciao! Ciao!